hallo und herzlich willkommen zum dritten türchen des trip unlimited adverts kalenders heute mal mit mir weil heute geht es um licht und wer ist spezialist für licht wer den kanal kennt weiß mit licht kennt er sich aus heute licht für den campingtisch gehört dazu auch eines der dinge auf die wir garantiert nicht mehr verzichten wollen das ding ist super wir haben auch noch eine andere lampe die ist auch super aber nicht in verbindung nicht gleichzeitig das funktioniert nicht weil die hat richtig schönes warmes petroleum kerzen licht dann macht man das ding hier hoch und dann dreht man hier den dort so ein bisschen hoch also extra dort kauft man am besten auch so ein dort hält eine saison also bei uns hat er ein jahr gehalten bis wir den das erste mal getauscht haben also lange muss man sich keinen kochen machen und dazu braucht man dann natürlich noch irgendein petroleumlammen öl damit er schön brennt und über diesen kleinen regler hier unten da kann man den doch hoch und runter drehen und somit auch die helligkeit bestimmen und das ding sobald wir mal draußen sind werden wir bestimmtes weihnachten noch schaffen machen wir die auch mal an hat ein super schönes licht also können wir nur empfehlen kostet nicht die welt ist super günstig stinkt allerdings immer ein bisschen nach petroleum aber wer noch ein geschenk braucht unser tipp das war's bis morgen bis jetzt